Was ist ein Kompressor? Sicherlich hast du dich schon mal gefragt, warum die Stimmen in vielen Werbespots und Radiosendungen so anders klingen. Also voller, dicker, kompakter, lauter. Entweder liegt es einfach an einer guten Sprechtechnik und oder die Stimme wurde mit einem Kompressor nochmal deutlich lauter, voller, dicker und kompakter gemacht. Entweder ist ein Kompressor, die Stimme wurde mit einem Kompressor.